Die DB-LDW-Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub. Kürzer als eine Halbzeit, aber hoffentlich nicht so lange, wie mein Puls gebraucht hat am Dienstag, um wieder runterzukommen nach meinem Debüt bei Legion X in der Hobby-Fußball-Liga Graz. Zumindest beim Training. Das war ja eh gut. Alter! Ich bin ja jetzt Teil des Teams von Fabio Schaub, wo er ja Spielertrainer-Obmann ist. Und habe ein Trainingsdebüt beim Augustinum-Kunstrasenplatz gegeben. Und es war sehr anstrengend. Ich habe so ziemlich hohes Tempo, hätte ich mir nicht gedacht. Das hat schon gepasst. Sehr gut reingepasst. Wir freuen uns auf die nächsten Einheiten. Sehr schön. Die DB-LDW-Vorschau. Wir sind wieder da. Hallo, Fabio und Thomas. Schön, dass ihr zuhört. Der Peter ist mal wieder unterwegs und hat anderweitig zu tun. Ist okay. Wo soll er das Geld denn sonst auch rausgeben? So ist es. Liebe Grüße in dem Fall. Heute nach, wo hat er gesagt? Zypern. Zypern, ja. Aber nur, weil ihm der Zwischenflug... Äh, anderes Thema, anderes Thema. Liebe Grüße gehen raus. Lass es dir schmecken. Und ganz wichtig, frittierte Kartoffeln. Sehr gut dort. Wirklich? Mhm. Was du jetzt weißt. Ja. Merkt man es. Merkt man es voll drin. Ja. Unser Reisender, Fabio. Wir sind jetzt wieder da und haben natürlich ein bisschen was vorbereitet. Das ist eine sehr, sehr spannende Bundesliga-Runde, die vor uns liegt vor allem ein Spiel, das uns natürlich beschäftigen wird, auch bei vier Fragen für Antworten. Da war ein Update, wo wir jetzt einen Trainerwechsel vollziehen dürfen, in dem Fall auch nachbesprechen dürfen und dann natürlich auch noch einen DBL-DW-Alumni, Alumnus, der auch mit einem Trainerwechsel zu tun hat, soll es auch so kriegen und einen Link-Tipp, der wiederum für das Topspiel der Runde passt. Es ist alles miteinander verbunden heute. Das ist gut so. Das DBL-DW-Update. Welcome, Oliver. So hat Crystal Palace mal rausgehaut, wie Oliver Glasner unterschrieben hat und jetzt offiziell auch vorgestellt worden ist beim Premier League-Club Crystal Palace. Wir haben also einen neuen Österreicher, den zweiten Österreicher nach Ralf Hasenhüttl, der jetzt in der Premier League trainieren darf. Hat sich ja schon abgezeichnet, ich habe es ja auch im Montag schon darüber gesprochen, da war es ja nicht ganz offiziell, weil Roy Hodgson noch zurückgetreten ist jetzt, aber sind Sie da? Ein ganz großes Trainer-Team. Ja, sehr cool. Freut mich extrem für Oliver Glasner, der sich das mehr als verdient hat. Lässiger Weg. War jetzt eigentlich nach seiner Karriere bei spannenden Vereinen, bei Red Bull Salzburg als Co-Trainer lange. Ist dann Cheftrainer bei Reed gewesen, glaube ich, ganz kurz nur. Ist dann zum LASC gewechselt. Hat mit dem LASC eigentlich die erfolgreichste Zeit der letzten Jahrzehnte eigentlich geprägt. Hat auch vieles da implementiert und den Verein mit dorthin gebracht, wo sie jetzt sind. Und hat dann in Deutschland, sowohl in Wolfsburg als auch bei der Eintracht, sensationelle Arbeit geleistet. Dann mit dem Europa-League-Sieg sie noch einmal ein ordentliches Stück gehoben. Und jetzt auf der Insel Trainer zu sein, ist, glaube ich, der Traum von sehr vielen. Freut mich extrem für ihn. Auch cool, dass er sein Trainerteam eigentlich mitnimmt im Großen und Ganzen. Mit Angerschmidt und Brunnmeier, die ja schon bei den letzten Stationen dabei waren. Und jetzt hat man halt noch Emanuel Bogert jetzt dazugeholt, der ja in der Premier League auch das eine oder andere Cut bekommen hat. Der Night Dog zurück in der Premier League, das ist natürlich auch eine lässige Geschichte. Dazu noch einen Athletiktrainer mit Michael Bergthold von Red Bull Salzburg, der unter Jeisle dabei war. Zwei Trainer hat er übernommen, sozusagen von der vorigen Trainerzusammenstellung bei Crystal Palace, den Tormentrainer und einen irischen weiteren Co-Trainer, der den Verein seit Jahren in- und auswendig kennt. Sicher auch nicht ganz unwichtig, dass er ihn da mit dabei hat. Und immer ein bisschen die sozialen Netzwerke durchgeschaut bei Crystal Palace, bei den Fans, wie die dann so Oliver Glasner quasi angenommen haben, dann brauchen wir ihn nicht gekannt. Darauf haben ein paar andere wieder dazugeschrieben, hey, hallo, der hat die Europa League gewonnen. Also in dem Fall ist das schon ein großer Punkt. Und Crystal Palace ja mitunter ein bisschen im Abstiegskampf hinten drinnen. Du aus deiner Zeit in London kennst den Verein wahrscheinlich, oder? Ich war einige Male dort. Sehr lustige Fakten gibt es bei Crystal Palace. Die haben ja auch einen Adler, glaube ich. Igel, ja. Ja, der Punkt ist, warum sie den haben, weil irgendein Präsident in den 70er Jahren einmal gemeint hat, ja, Lazio Rom hat sowas, das ist eigentlich ganz cool. Wir hätten auch gerne einen Vogel. Sie spielen auch in Blau-Rot, weil damals die Gründer gemeint haben, ja, das bei Barcelona schaut nicht so schlecht aus. Also die haben sehr viel von anderen Vereinen übernommen. Jetzt haben sie den Trainer von Frankfurt übernommen, den ehemaligen kann man sagen. Nein, aber ganz lustige Fakten ist, im Süd-London, ich würde fast schon sagen, es ist nicht mehr wirklich London, in Croydon, aber er ist ein Traditionsverein, ist einer der ganz wenigen Vereine, die so eine Art Ultra-Gruppierung haben, also die einen Dauersupport während dem Spiel haben, ganz klein. Man erwartet sich da jetzt vielleicht mehr, als es ist, aber das gibt es in England ja so gut wie gar nicht und die haben da einen kleinen Teil. Der Stadion ist extrem charmant, richtig cool, auch nicht so leicht zu Karten zu kommen, weil sehr viele Dauerkartenbesitzer und ein richtig cooler Verein, ich glaube, passt gut zu Oliver Glasner und, naja, ich sage einmal so, die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt Meister werden, ist wesentlich größer, weil davor Roy Hodgins ist, glaube ich, Engländer, oder? Meister meinst du, oder nicht absteigend? Nein, Meister der Premier League, weil es gibt ja keinen englischen Trainer, der bis jetzt die Premier League gewonnen hat, deswegen der Weg dazu, dass man sich einen Nicht-Engländer holt, ist auf alle Fälle der richtige. Das war schon bewusst so mit Meister, ich muss dazu reden. Ja, naja, das war schon ganz bewusst so. Ja, sehr gut. Ist auch übrigens bei den Top-Verdienern jetzt mit dabei, ist, glaube ich, hinter den Top 10, nur sieben andere Manager in dem Fall haben ein bisschen mehr am Konto jetzt zu in den nächsten Monaten, als Oliver Glasner soll, laut Kooperiert vom Guardian, 5,3 Millionen im Jahr, also Euro in dem Fall im Jahr verdienen. Es ist schon eine Ansage dazu, das ganze Trainerteam, also die nehmen schon ganz schön Geld in die Hand, gibt es auch in der Liga natürlich, brauchen wir nicht reden. Verein auch ganz gut, Spieler, wenn man mal angeschaut, zwei, drei Jungs, die beim englischen National-Team-Match spielen, die ganz gut sind, die auch im Sommer von anderen Vereinen umworben werden sollen, also da gibt es einiges zu tun für Oliver Glasner, aber jetzt in dem Fall mal das Wichtigste, dass er die Liga hält und dann volle Kraft voraus war, wie du schon richtig gesagt hast, bei allen Vereinen, wo er gearbeitet hat, eigentlich immer sehr beliebt und erfolgreich und wird auch bei Crystal Palace da richtig gut unterwegs sein. Dann hat er übrigens auch, Crystal Palace eine steirische Vergangenheit mit Johnny Ertl, der war dort Spieler, hat damals heroisch, glaube ich, relativ unerwartet an die Liga gehalten mit seiner Generation, die damals gespielt hat und war, glaube ich, durchaus eine erfolgreiche Zeit. E wie Ertl übrigens. E wie Ertl, ja, in einem schönen Buch, auch wie Alba. Genau. Sehr gut. Ja, dann gehen wir weiter. So ist es. Das DBLDW Auge Nein, nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Klaus Augenzaler wird heute auch ein Auge drauf werfen und nach Bratislava schauen. Dankeschön. Denn dort gibt es wieder den SK Sturm, der in der UEFA Conference liegt. Das letzte verbleibende Team. Ja, das letzte Mal bei einem Team in einem europäischen Bewerb. Heute auswärts im Bratislava, 21 Uhr, in einem richtig schönen Stadion. Ich habe Fotos von meinem Kollegen Florian Bratis bekommen, der für den ORF draußen ist. Es ist schon richtig, richtig lässig, wie es dort ausschaut. Super Auswärtssektor. Da haben übrigens zweieinhalbtausend Fans draußen, also Sturm, haben auch den Unterrang bekommen. Also das wird eine große Geschichte werden. Lustig dahinter, sie sollen übrigens, solange es geht, nicht mit Sturm Fanartikeln herumlaufen, weil sie Angst haben, dass da was passiert. Der Auswärtsparkplatz, Auswärtsfanparkplatz soll bewacht werden. Sie werden mit der Polizei die Fans reingekatert. Also es ist schon eine große Geschichte, was da ablaufen wird. Und hoffentlich auch in dem Fall aus Österreicher und auch aus Sturmsicht mit einem auch positiven Ausgang des Spiels. Egal wie, hauptsache weiter, oder? Ja, ich glaube, Sturm hat eine relativ gute Ausgangslage. Gerade das 4 zu 1 gibt ein bisschen Druck ab. Und die Spieler sind, wenn das alles so stimmt, nahezu alle einsatzfähig. Man hat außer die Langzeitverletzten mit Sidi Jatta und Kjels Kerpen. Sind, glaube ich, alle wieder fit. Kasipegovic, der eine Fleischwunde sich zugezogen hat. So lange habe ich durchbeißen wollen. Wobei, meiner Meinung nach kennt man, glaube ich, schon, dass ich Johnston sowieso ein bisschen drüber sehe aktuell. Das heißt, das ist, denke ich, nicht so ein Thema. Wüthrich dürfte fit sein. Und auch Mambri Zakaria ist wieder einsatzbereit. Wer dann wirklich startet, wird man sehen. Aber Sturm wird sicher die bestmögliche Elf rausschicken und dann nicht taktieren, dass man vielleicht 1-2-0 verlieren kann. Ich glaube, die wollen schon von Anfang an zeigen, dass man auch in der Slowakei gewinnen kann und dann relativ schnell für Klarheit sorgt. Ich glaube, man wird abwägen, wie die nächsten Wochen dann ausschauen. Also auch im Spiel dann selbst. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Yusuf Kasipegovic starten wird. Kann man nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nachdem da auch ein bisschen Vorsicht walten lassen sollen, weil die nächsten Runden, die nächsten Wochen ja Wahnsinn sind. Also sollte jetzt Sturm weiterkommen heute, geht es ja dann gleich. Ist, glaube ich, jetzt eine normale Woche. Also da hast du jetzt auswärts dann WSG. Dann hast du eine normale Woche, wo du wieder ein bisschen trainieren kannst und ein bisschen runterkommen kannst. Dann hast du WRC und dann hast du gleich wieder englische Runde mit Hartberg. Wieder englische Runde und dann erste Meistergruppe. Ja, noch dazu hat man ja gerade auf der Position, wo Kasipegovic spielt, eh. Gute Alternative, deswegen. Und auch vorne, ich weiß nicht wie fit Zakaria schon ist, ist schon gut. Aber ich glaube, Amadi Kamara, Böwing, Vlodacic, da hat man schon Alternativen auch, die durchaus in Ordnung sind, ja. Ich glaube ja auch, ja, Pirate sowieso zu spielen. Davon geht man aus, ja. Davon geht man aus, ja. Davon geht man aus, ja. Bei Wüttrich wird man sehen, er hat immer wieder Probleme. In dem Fall hat er einen Gesäßmuskel gehabt, hat zur Pause geklappt. Wenn die klassischen 55 Minuten wären. Genau, hat bei der Pause, wie gesagt, wird es schwierig, dass ich da durchhalte. Mal schauen. Also ich glaube, man wird den Spielverlauf abwarten und dann relativ schnell reagieren und dann ein bisschen durchtauschen, wenn es das hergibt, was wir in dem Fall aus heimischer Sicht ja alle hoffen. Also heute Abend, 21 Uhr, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden und großartig werden, denn der SG-Stuhr wird weiterkommen und fertig. Und dann geht es gegen Aston Villa. Ist das möglich? Ja, das wäre möglich, ja. Also du hast dann als Auslösung für alle, die sich jetzt das anschauen wollen, alle Gruppensieger der UEFA Conference League. Also du hast quasi die Möglichkeit hast du dann und die bekommst du dann. Da gibt es ein paar richtig, richtig lässige, wo man sagt, okay, könnte man sich mal anschauen, aber zum Beispiel unter anderem Lille wäre auch ein Thema. Du hättest Maccabi Tel Aviv, was ein bisschen bitter wäre, aber unter anderem, also schon ganz cool. Viktoria Pilsen unter anderem und und und. Bin ich gespannt. Wirst du dann dabei sein? Bei einem Spiel von Sturm? Schaust du das wieder an? Was in der Kontraffand, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ein Spiel schon. Kann, wenn es zeitlich passt, kann passieren, ja. Sehr gut. Perfekt. Was haben wir noch? Wiener Derby. Ja, natürlich. Wiener Derby. Bundesliga, wir sind wieder da und schauen uns das Wiener Derby an. Ich glaube, eines der wichtigsten in den letzten Jahren, rein von Form her, wie es um die Top 6 geht, für beide Vereine immens wichtig, da geht es auch um viel Geld. Ich habe es ja schon mal angesprochen, auch was die Austria betrifft, vor allem, die müssen die Top 6, die müssen international spielen, da wird es richtig, richtig spannend und für Rapid, ich habe jetzt mit Luki Marek, mit dem Stahlensprecherkollegen aus Wien, aus Wien Hütteldorf gesprochen, da war einfach der Satz genau der, irgendwann, das gibt es jetzt nicht, irgendwann müssen wir die jetzt einmal bürgen. Die reden jetzt eben vom Heimspielfluch, seitdem es die Allianz stattfindet. Mit der zweiten Mannschaft haben sie es ja schon geschafft, muss man fairerweise sagen. Aber die erste noch nicht, aber die Austria vielleicht so stabil und so gut wie schon lange nicht mehr. In der Formtabelle auf Platz 1, also der letzten 10 Runden, ist die Austria mit 21 Punkten Platz 1 noch beeindruckender, die haben nur 5 Tore in den letzten 10 Runden erhalten. Also die sind stabil, das passt, sie sind super rausgekommen, man hat immer wieder gehört, jetzt müssen sie 13 Punkte aus den verbleibenden 5 Spielen holen und sie haben auch mal 6 aus den ersten 2 geholt. Das ist schon mal top, nämlich nicht zu unterschätzen gegen Hartberg, die doch sehr schwer zu bespielen sind. Und jetzt hat man diesen Rückenwind, man fährt auswärts, also zum Spiel, wo man dann sich ein bisschen in die Underdog-Rolle geben kann und trotzdem mit breiter Brust auflaufen kann, aber, und jetzt kommt das große Punkt, personell wird es eng. Romeo Vucic gesperrt, Joe Handel gesperrt, Botsman verletzt, das sind alles Spieler, die die vergangenen, oder die letzten 2 Runden wesentlich dazu beigetragen haben, dass es läuft. Huskovic habe ich jetzt noch kein Update mitbekommen. Ob er fit sein wird oder nicht, hat sich ja beim Aufwärmen leicht verletzt. Und dann wird es halt eng. Ich bin gespannt, was das bedeutet für die Starthälfte, aber es wird nicht mehr so viele Alternativen geben bei der Austria. Und das kann natürlich der Vorteil bei Rapid sein, wo ein Leopold Querfeld zurückkommt und ein Burgstaller ja auch schon Spielzeit bekommen hat. Und ein Querfeld hebt halt die Defensive noch einmal extrem. Wer braucht den Sieg dringender? Ich schließe mich da eher an den Herzog an, der sagt, ein Unentschieden bringt beiden nichts. Und ich glaube, es wäre gut, also es wäre, beide Teams wären gut beraten, wenn man sagt, hinten raus, ich riskiere das, diese Partie zu gewinnen, weil ich ja nicht nur mich selber extrem nach vorkatapultiere, sondern auch den Gegner, den direkten Stadtkonkurrenten, den Rivalen in eine ganz unangenehme Situation bringe. Und wenn wir uns die Tabelle anschauen, da muss man halt ganz klar sagen, dass wir in der Vergangenheit gesagt 30 Punkte reichen, um da reinzukommen in die Top 6. Das glaube ich heuer nicht, dass 30 Punkte reichen, weil demnach wäre dann Klagenfurt und Hartberg schon durch und Austria oder Rapid mit einem Sieg, also das wird es nicht spielen. Es kann reichen, aber es wird richtig eng. Spannend wird natürlich auch dann das Wochenende sein, denn das Spiel, außer gegen Rapid oder Rapid gegen Austria in dem Fall, ist ja das Topspiel 17 Uhr am Sonntag, das heißt, alle anderen Teams haben davor schon gespielt. Da wird sich das auch tabellarisch noch einmal ändern, weil wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel auch der WRC vollpunktet beim LASK, wird natürlich nicht leicht, aber sollten die Punkten, steigt der Druck, sollten Hartberg und aus der Klagenfurt Siege einfahren, steigt der Druck bei beiden Teams, also da wird sich wahrscheinlich auch noch in der Ausrichtung des Spiels noch ein bisschen was ändern, wobei eigentlich gehört für beide auf Sieg spielt, fertig, Rapid sowieso zu Hause, ausverkauft seit drei Wochen, über 26.000 Leute, der Auswärtssektor sowieso schon seit ewig ausverkauft, das wird ein Spektakel werden, ich erwarte mir wirklich auch ein gutes Spiel, beide sind natürlich ganz gut drauf, Rapid hat in Graz super gespielt, muss man echt sagen, die Austria ist gut drauf, Franz Kretzig wird sein erstes, wenn er da will spielen, das wird auch eine spannende Geschichte. Aber Robert Klaus hat sein erstes in der Derby, der bis jetzt auch nur eine Partie verloren hat und das war gegen Salzburg, wo man sagt, okay, das ist in Ordnung, also auch da, ich glaube auch irgendwo rückblickend, die Partie gegen Sturm gibt er eher Aufwind, als dass ich drücke, das war schon gerade nach vorne hin eine gute Leistung und wie gesagt, wenn Querfeld zurückkommen, werden die auch hinten wieder stabiler werden, das strahlt auf die ganze Mannschaft aus und ich bin da sehr gespannt, deswegen mein Tipp ganz klar unentschieden, was beide nicht brauchen, es wird wahrscheinlich so hinauslaufen. Und dann wird, da brennt der Hut dann richtig, dann sind dann nämlich nach dieser Runde nur mehr zwei Runden zu spielen und dann geht es in den Infight, weil wir nehmen jetzt mal an, oder ich gehe davon aus, dass Hardback und aus der Klagenfurt gewinnen werden ihre Spiele, dann sind die wahrscheinlich vorne weg, wenn jetzt dann X passiert, das wäre eben eine sehr, sehr richtungsweisende Runde, eine sehr, sehr wichtige Runde für alle Teams. Dazu hast du noch mit dem WRC auch noch jemand, der noch mitmischen kann, also das wäre nämlich der Wahnsinn, wenn die jetzt aktuell der lachende Dritte am Schleuderstuhl dann plötzlich sitzen würden auf dem sechsten Platz und Rapid und die Austria runter müssten, kann da alles passieren. Wobei der WRC, muss ich sagen, ist jetzt sechs Punkte, also zwei Punkte hinter dem sechsten Platz, das heißt, wenn Rapid X spielen würden, wären es drei Punkte und sie haben halt jetzt wirklich den Lask und Sturm noch, also es wird alles andere als leicht, die Austria hat vermeintlich eine einfache Auslosung, Rapid hat es auch nicht ganz so einfach, also es wird sehr, sehr spannend, wir schauen da nächste Woche glaube ich drauf, wenn nur noch zwei Runden zu spielen sind, richtig spannendes Wochenende, richtig spannendes Wochenende. Key Player to watch, Franz Kretzig oder bei der Austria, wenn es über den läuft, läuft es ganz gut und bei Rapid ganz klar Marco Grün. Also das ist wirklich ein Spieler der Stunde aktuell, immer schon super gewesen, aber hat gerade in den letzten Wochen nochmal gefühlt, seitdem das mit dem Transferthema durch ist, noch einmal wahrscheinlich ein bisschen eine Befreiung und der performt überragend, also das ist der Schlüsselspieler und das ist auch der Grund, warum Rapid in die Top 6 kommen könnte, also es wird ein Großteil liegt dann bei Marco Grün. Ich glaube, dass einer der beiden Wiener Klubs dann nicht in die Top 6 kommt. Das sagen viele, weil man halt Klagenfurt und Hartberg eben drinnen sieht, man bleibt nur noch Platz für einen, so wie sie aktuell spielen. Ich würde nicht beide komplett abschreiben, es wird richtig spannend auf jeden Fall und es wird auf alle Fälle zwei Vereine geben, die sehr enttäuscht sind. Ich glaube, der WRC rechnet nicht mehr so stark damit, die hoffen eher noch, die anderen spekulieren schon auch damit und ich bin gespannt. Ja, also ich glaube, wenn Hartberg und Außer Klagenfurt jetzt an diesem Wochenende gewinnen, dann sehen sie glaube ich durch. Schaut es gut aus, ja. Das kann, obwohl eben die Hartberg in der letzten Grunddurchgang-Runde noch Sturm zu Hause haben, aber ich glaube, das wird sich ganz gut ausgehen. Aber dann haben wir nächste Woche dann auch noch die WSG Tirol. Also jetzt sage ich einmal, Alltag und WSG Tirol sind aktuell nicht die Vormannschaften, wo Hartberg durchaus drei Punkte holen kann. Ich glaube auch, ja. Vielleicht mal ganz kurz, um das noch abzuschließen, die Runde Güdo Burgstaller wird wahrscheinlich, so gehen wir jetzt einmal davon aus, den Vertrag verlängern und nicht den Verein verlassen. In Rapid hat er ein Video gepostet heute am Donnerstag, am Vormittag in der Früh, so quasi mit Danke Güdo, mit den Spielen und den Toren, wo sich Burgstaller auf einen Sessel hinsetzt und sich quasi seine besten Szenen nochmal anschaut. Haben sie natürlich gut getarnt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor dem Derby den Burgstaller quasi verabschieden und sagen, wir haben den Vertrag jetzt nicht verlängert. Also schaut alles danach aus. So wie auch bei Manfred Fischer, glaube ich, war das ja ähnlich, oder? Da war ja auch so, dass Manfred Fischer bei der Austria vor einem halben, dreiviertel Jahr ähnlich quasi sozusagen benutzt worden ist, auch glaube ich vor dem Derby, wenn ich mich nicht austausche, mit dieser Vertragsverlängerung, wo man dann gesagt hat, kommt, geht er weg, bleibt er, was machen wir, machen wir es mit dem Andi und dann bleibt er dann doch. Also in dem Fall, glaube ich, wird es mit Güdo Burgstaller ähnlich sein. Ja, gehe ich auch davon aus. Aber es ist nochmal, wenn man sich das vor Augen führt, das ist schon Wahnsinn, seit siebeneinhalb Jahren, hat Rapid, also seitdem es das Stadion gibt quasi, hat Rapid kein Derby gewonnen. Und das ist jetzt nicht so, dass, natürlich gab es Saisonen, wo man nicht in der gleichen Meisterqualifikationsgruppe war, nur zweimal in der Saison hat man auf alle Fälle gegeneinander gespielt. Und das sind jetzt 14, 15, also zahlreiche Duelle, wo man es nicht geschafft hat, einmal zu Hause zu gewinnen gegen den Konkurrenten. Also das ist schon ein Fluch. Die noch dazu, jetzt in den letzten Jahren, jetzt auch nicht unbedingt so super unterwegs waren mit vielen Problemen, finanzieller Natur und so. Es ist jetzt anders, dass die Austria übermächtig war. Es ist schon, wie du sagst, ein Fluch, der jetzt laut Rapid gebrochen werden soll. Also jedenfalls 17 Uhr Sonntag, Fixpunkt. Aber wir können da auch vielleicht gleich den Linktipp reintun, weil er gut dazu passt. Linktipp der Woche, den dbldwww.link der Woche. Ist in den Shownotes, ist jetzt nichts Aufregendes, aber soll euch ein bisschen einstimmen. Es gibt ja von Copa90 immer so sehr schöne Videos zu Derbys. Ist sicher schon 10, 15 Jahre alt, toll produziert. Über das Wiener Derby, auf Englisch. Wer sich da einstimmen möchte und noch Content sucht, ist ganz nett und findet ihr in den Shownotes. Zum drüberstreuen noch die restlichen Partien, die wir jetzt gerade nicht erwähnt haben. Die WSG spielt eben zu Hause gegen Sturm am Sonntag 14.30 Uhr und Salzburg am Samstag schon gegen die Austria-Lussena um 17 Uhr. Das sind so die letzten Partien zusätzlich zu LASK, WRC, Alta, Hartberg, Klagenfurt, Linz und Rapid gegen die Austria. Letzteres werde ich besuchen. Bist du mit Baby? Ja, genau. Das lasse ich mir nicht entgehen. Geil. Da geht es um viel. Geil. Da geht es um viel. Das ist richtig cool. Die Stimmung, das ist schon einzigartig in Österreich. Muss man einfach so sagen, wie sie ist. Das ist schon richtig cool. Ich werde berichten. Das freut uns sehr. Das freut uns sehr. Wir freuen uns auf hoffentlich eine spannende, lässige Admiral-Bundesliga-Runde, die am Samstag startet und noch einmal den MSG-Sturm heute Abend. Alles, alles Gute in Bratislava. So, und jetzt haben wir... Der DBL-DW-Alumni. Der auch mit... Entschuldigung. Alumnus. Entschuldigung, Matthias. Der auch mit einem Trainerwechsel zu tun hat. Wir quasi schließen die Runde, schließen die Klammer, wie Peter K. Ja, Wagner sagen würde. Von Oliver Glasner zu Franco Foda. Ja, genau. Franco Foda ist ja jetzt mittlerweile als kosovarischer Teamchef auch bestätigt worden. Gerüchte hat sich schon ein bisschen länger gegeben. Jetzt ist es auch wirklich fix. Ist neuer Teamchef. Er ist aber nicht der Alumnus. Nein, genau. Denn der Alumnus hat mit ihm zu tun. Auch aus seinem Trainerteam. So ist es. Robert Ibertsberger. Er ist der neue Co-Trainer vom Kosovo. Haben gar nicht so viele Leute mitbekommen. Der 47-Jährige war ja zuletzt, muss man sich auch vorstellen. Trainer beim ASK ÖD 2. Also die erste Mannschaft von ÖD spielt die Oberösterreich-Liga. Die sind aber relativ gut besetzt. Ein gewisser Franz Grat investiert da relativ viel Geld. Der Cheftrainer der ersten Mannschaft ist Kurt Russ. Der sportliche Leiter ist Herr Baumgartner. Da sind schon einige Spieler, sind auch einige ehemalige Profis in der Mannschaft und sind sehr gut bestückt. Ich war bei einem Testspiel am Samstag von ÖD sogar, zufällig. Ah, wirklich? Gegen Adaka Fiedorf, die Regionalliga Ost spielen. Also eine Spielstufe drüber. ÖD hat 7 zu 0 gewonnen. Adaka war, glaube ich, die gegen Salz. Genau, erste Runde. ÖD hat 7 zu 0 gewonnen. Also relativ souverän, sage ich aber, gegen den Drittligisten. Martin Grasecker ist da einer dabei zum Beispiel. Genau, das sind einige Bekannte. Er war ein Riedtrainer in St. Pölten, war bei der Austria, war, glaube ich, in der Jugend dann auch bei Red Bull Trainer. Also viele Stationen, viel gesehen. Und jetzt die erste Auslandsstation als Trainer. Co-Trainer von Franco Foda. Ziel ist es ja für den Kosovo, dass man sich, glaube ich, für die WM in den Vereinigten Staaten, also USA, Mexiko, qualifiziert. Da wird es ja 48 Teams geben. Und das wird, glaube ich, eine ordentliche Aufgabe. Nicht so einfach. Richtig, richtig zack. Aber halt auch spannend, denn da sind natürlich ein paar klingende Namen mit dabei. Bei Kosovo, die man vielleicht nicht so am Schirm hat. Unter anderem, aber in dem Fall eh klar, die beiden Österreich-Legionäre waren ein Perischer und Donis Aftiay. Vor allem Donis Aftiay hat ja schon Peter angesprochen in der Runde in der letzten, die wirklich sehr lustig waren, sehr gut. Dass eben die zwei jetzt wieder zusammen vereint sind. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz so schlecht auch für Franco Foda als Akzeptanz innerhalb des Teams, wenn du schon jemanden hast, wo du weißt, okay, das passt. Der ist schon ein Befürworter. Und ich glaube auch, dass Donis Aftiay das ein oder andere mitzureden hat in diesem Kader. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Das weiß ich nicht, aber ich finde es einfach extrem spannend. Ein bisschen kurios auch, sehr exotisch kann man sagen. Aber warum nicht? Mila und Rashid sind zum Beispiel auch da mit dabei, beschickt das aktuell. Also da sind schon ein, zwei spannende Dinge dabei. Natürlich sehr, ja, ist einfach so Ostblock. Da hat man da ein bisschen einen anderen Hebel. Ich bin gespannt, wie das dann auch wird innerhalb des Verbands. Ob es dort ruhig ist, ob man da ganz normal arbeiten kann, wenn dann einer verliert, wie es da rund geht. Könnte etwas explosiv werden, die ganze Angelegenheit. Sagen wir es mal so. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber gemeinsam mit Robert Ibertsberg jetzt, also das Trainerteam, da dürfen wir uns sehr, sehr darauf freuen, was da so passiert in den nächsten Wochen. Wir sind durch, oder? Ja. Genau. Linkt die Papage. Es gibt noch einen Co-Trainer, nämlich Abnor Morina. Ein etwas älterer. Ist seit Juli, glaube ich, beim Nationalteam dabei und der bleibt dort als Co-Trainer. Also er hat dann auch einen Mann aus Kosovo, glaube ich, auch nicht so, schlecht wie bei Oliver Glasner. Sein langjähriger Begleiter Christl, der ist ja, glaube ich, aus privaten Gründen nicht mehr interessiert, das aktuell auszunehmen. Okay. Na, perfekt. Ja, wir sind durch. Herzlichen Dank für die gute Vorschau, für die netten Infos. Wir hoffen, wir sind jetzt wieder gut vorbereitet für das Wochenende. Geht doch um einiges für sehr viele Vereine. Und, ja, hast du irgendein, wer, 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 das frage ich dich jetzt noch, wer wird dein Überraschungsteam der Woche sein? Jetzt? Ja, an dem Wochenende. Wer überrascht? Ja, der Herr Heraf, nachdem er heute noch nicht erwähnt worden ist, müsste man ihn fast reinnehmen. Das wäre lustig, aus der Luschenau. Ist ein 0-0 eine Überraschung? Eigentlich nicht, aber in dem Fall schon. In dem Fall schon, ja. In dem Fall schon. Ja, ich glaube, wenn wer überraschen kann, dann aus der Luschenau, glaube ich. Da erwartet man natürlich nicht viel, aber jetzt sind wir wieder beim typischen Spielverlauf. Halten die lang die 0. Und Salzburg hat jetzt gerade auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, das Glück am Fuß. Nürnflug, ja. Ja, genau. Schauen wir mal. Also das wäre natürlich, man hat natürlich ein bisschen aus Sturmsicht sehr, sehr spannend, aber in dem Vergänzung gar nichts. Ich bin gespannt. Ich liebe Grüße an jeden einzelnen Sturmfein da draußen, der in den letzten Wochen gesagt hat, jetzt haben wir es schon wieder nicht geschafft, da Kapital draus zu schlagen, wenn Salzburg umfällt. Es gibt immer noch diese unsägliche Punkteteilung. Es ist komplett egal. Erst in der Meisterrunde zählst dann gleich so wie im Abstiegskampf. Also jetzt ist es dabei noch echt egal. Stimmt. Das war's. Passt, dann hast du die abschließenden Worte, oder? Machen wir es wieder gemeinsam. Ich finde es immer sehr sympathisch. Ich sage halt das erste Wort, okay? Ich habe noch nie einen Podcast beendet. Sicher. Wirklich? Ich glaube nicht. Ja. Okay. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.